Hallo und willkommen zurück meine lieben Zwergenfreunde zu Dwarf Fortress. Das ist die Version. Ja, wir sind groß beim Graben. Hier drüben. Äh, um unsere Felder endlich anzulegen. Mal gucken, wie gut wir das hinkriegen. Ob wir irgendwie wilde Felder dann haben werden. Oder ob es anständig wird. Aber lassen wir mal weiterlaufen. Dass die hier ausbuddeln können. Oh, er ist lustig. Okay. Nachdem gucken wir mal kurz. Der Wurfstorf Workshop ist immer noch pausiert. Das habe ich ganz vergessen. Das wäre nämlich ein bisschen doof, wenn wir keine Crafts hätten. Also Toys, Totems und so weiter. Tools. Haben wir Windbarrows. Thrones ist einer in Benutzung, so wie es aussieht. Tables auch. Steine. Hm. Ist auch einer in Benutzung. Waffen. Keine Fenster. Und vielleicht noch eins rauszoomen. So, hier haben wir jede Menge Steine. So, das hier lässt sich ziemlich schnell buddeln, weil es satt ist. So, das heißt, wir pausieren mal. Machen ungefähr hier. Wieder ein Ding. Vier. Acht. Neun. Wobei, das ist zu groß. Das ist zu groß. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Äh, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Äh, ups, hier ist der Kartenrand. Ne. Das ist natürlich da nicht so schön. Man sieht es nicht richtig, aber da ist der Kartenrand. Hehehe. Okay, dann machen wir das anders. Dann werden wir hier doch einen großen Raum machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 14, 15, 16, 17, 18, 19, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, achtzehn, neunzehn. Dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Und dasselbe hier unten. drei, fünf, sieben, acht, neun, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn, elf, zwölf, dreht. Okay, fünf, zehn, fünf, zehn, fünf, zehn, neun, zehn, okay. Gut. Hmm. 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 So, hier brauchen wir Seeds All. So. Wobei, Bins brauchen wir hier keine. Seeds werden in Säcken gestaut und die Säcke in Barrels, so. Dann gehen wir runter zu, äh, wo? Zu unserem Lager-Stockpile. Ist es der hier? Nein. Dann müsste es der hier sein, wo Seeds gestaut werden. So, da werden None gestaut jetzt. Bei dessen kann ich Furniture-Table platzieren. Closes Material. Und Chairs, genau so. Und jetzt kann ich hier eine Zone erstellen. Eine Dining Hall, äh, Zone, Dining Hall. So, und das ist auch gleichzeitig unsere Meeting-Area. Overlapping Meeting-Area. Oh, Miasma. Das ist nicht gut. Weil hier, ich sage, Korpses sollen hier liegen. Korpses sollte ich allerdings erst mal hier hin tun. So werden wir hoffentlich das Miasma auch schnell wieder los. Weil das macht jetzt die Zwerge stinkig. Oh, Miasma. Oh, Miasma. Und ich weiß, wie ist das hier? Oh. Oh. Aufs Bein hier drunter. Aber eigentlich sollte der jetzt wegtransportiert werden. Niemand will ihn aber gerade transportieren, so wie es aussieht. Und da staut sich schon wieder Miasma auf. Aber sie haben ihn rausgetragen, Gott sei Dank. So, dann gucken wir mal. Es könnte so schön sein, aber ist es nicht. Ja, bei Gelegenheit mache ich das zum Wasser. Also mache ich da matt drauf, dass wir die Farmen erweitern können. Ups. Achso, das ist Keep Building After Placement. Gut, das sind dann unterschiedliche Farmplots. Mal gucken, was macht mal gerade unser ist es Engineer. Ach, du machst Rockcrafts. Dann pausieren wir das erstmal wieder. Damit du hier oben weiter arbeitest. Ja. Wenn du die Ecke ganz gesmoothed hast, dann sind wir fertig. Falsche Richtung mal wieder. Also unsere Bua und unser Koks sind gerade dabei. Ja. Und dann ist das Ja. Dann ist es hier. Und dann ist das auch hier. So, Clump Helmets können das ganze Jahr über angebaut werden. So. Oh, Saving Game, weil wir jetzt das nächste Jahr haben, oder was? Ja, wir haben das nächste Jahr. Das ist okay. Okay. Kann ich das hier zu einem Pond machen? So. So, Clump Helmets haben wir. Dann gehen wir als nächstes Quarry Bushes hier hin. Quarry Bushes, so. Okay. Dann hätte ich gerne hier Dimple Cups. Dimple Cups. Wobei, nein. Dimple Cups brauche ich nicht. Die brauche Sweet Pots. Dimple Cups sind nämlich zum Färben. Dimple Cups. Dimple Cups. Äh, ne. Okay. Jetzt bin ich durch einander Sweet Pots. Sweet Pots. Hier, Leave Fallow. Und Leave Fallow. Ja. So, hier. Cave Breed. Cave Breed. Und das wird aus. . Mein General hat einen Woodsblind hergestellt. Was? Oh, General has been possessed as creme Carpenters Workshop. Mhm. Wir haben keine Buckets? Habe ich keine mitgebracht? Nö, wir haben keine Buckets. Mhm. Das können wir ändern. Work Orders. Bucket. Wood. Wooden Bucket. Fünf Stück. So. Ah, hier ist gesmoved. Das heißt, wir können jetzt endlich wieder hier weiterarbeiten lassen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Küche ausbauen. Eine Elfenkarawane ist eingetroffen. Hmm. Hmm. Ok und ich kann den pond nicht Da müssen wir halt mit den Feldern so nehmen wie sie sind. Ist ja unser erstes vor So die Elfen sind da Broker requested. Move good Bin Finished good bin und das war es eigentlich